Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir befinden uns in dieser Sanitätsstation, so würde ich es mal nennen. In der letzten Folge haben wir das schon alles abgegrast und haben alles wichtige mitgenommen. Und heute sind wir auf dem Weg in das Krankenhaus. Das Krankenhaus befindet sich... Okay, man sieht es von hier aus nicht, aber es müsste glaube ich in die Richtung sein. Hey Joe, ich habe was für dich. Okay, was hast du denn? Hier, Maria hat es mir gezeigt und ich habe es geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Okay, was klaust denn du? Ah, sein Sohn. Ne, seine Tochter. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Ja, das sieht man an der Starttour. Das ist Frauenfußball. Ah, scheiße. Meint er jetzt? Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Gut, aber ich glaube trotzdem, dass es hier weiter geht. Okay, grüß dich. Der liegt auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Gut. Kommen wir davon wieder raus. Ja, perfekt. Was richtig geil wäre, wenn wir jetzt Panzer fahren könnten. Das wäre der Hammer. Aber das geht leider nicht in diesem Spiel. So, und jetzt müssen wir hier runter. Das ist der Osttunnel. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Okay. Was war das gerade für ein Geräusch? Da bin ich auch echt mal gespannt, ob wir die Fireflies jetzt sehen. Gut. Hier ist alles sicher. Dann lass es mal runtergehen. So, Ellie. Los, kommen daher. Gut. Was liegt hier? Hier liegt ein Stein. Und hier? Okay, hier liegt Munition. Wo? Was? Wo, wo, wo? Ich sehe immer noch nichts. Ach, du Scheiße. Oh, oh, oh. Jetzt... Ah? Nagelbomben. Ganz fix nagelbomben. Was haben wir noch? Flammen... Okay, das nehmen wir auch. Molotow-Cocktail. Und gleich noch einen. Ach, du Kacke. Gut. Ich würde sagen... Den räuchern wir jetzt mal richtig schön aus. Ach, du Kacke. Hoffentlich geht das gut. Und Feuer. Ja. Okay. Und jetzt als nächstes gleich ein Nagelbombe. Wie geht's? Fuck. Was? Ja? Nein. Was? Was? Man, was? Ja? Scheiße, scheiße. Fuck, 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 renn weg. Joe, renn weg, renn weg, renn weg. Ach, du Kacke. Wir sind erstmal in Sicherheit. Zurück, 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 zurück. Ich hoffe, uns folgt keiner. Okay. Können wir uns heilen? Komm, heilen, 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 heilen. Okay. Okay, die können wir doch auch von, 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 mit anderen Waffen. Haben wir noch so? Okay, Flammenwerfer. Komm, lad nach, lad nach. Okay. Fuck, 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 fuck. Okay. Fuck. Alter, halten die Feuer aus, oder was? Okay, wir müssen hier raus. Fuck, 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 weg, 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 weg. Oh, den räuch ich mal jetzt richtig aus. Komm, 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 komm. Komm, andere Waffe, andere Waffe, andere Waffe. Gut, der ist tot. Gut, Schrotflinde. Oder Toffcocktail. Was ist das, schon tot, oder was? Ey, das wird ja immer einfacher. Freunde, das wird ja immer einfacher. Oder ich werde einfach besser. Gut, die Fallen nehmen wir alle mit. Ja gut, so einfach war das jetzt auch nicht, aber... Wir haben es zumindest geschafft. Gut, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Das war es noch lange nicht. Das spüre ich. Das war es noch lange nicht. Guck, ich würde sagen, rechts lang. Okay, was liegt hier? Oh, yes. Das ist die Waffe. Das ist die geilste Waffe überhaupt. Gut. Schrotflinde. Fuck! Fuck, 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 fuck! Messer, Messer, Messer! Alter, das sind Reflexe, Junge. Zack! Oh! Was geht ab? Alter Schwede! Gut, weiter geht's. Okay, was lag gerade noch hier? Munition. Okay. Als allererstes gehen wir zurück. Scheiße! Könnte nichts bauen. Nagelbombe. Schnell! Ach, komm, wir brauchen jetzt eine Nagelbombe. Scheißegal. Scheißegal. Und da werfe ich jetzt die Nagelbombe rein. Und Action! Okay, es hat höchstwahrscheinlich nur einen erledigt. Gut, den zweiten haben wir jetzt erledigt. Okay. Das ist sicher. Ganz leise. Gut, Munition. Okay, hier geht's nicht weiter. Gut, wir müssen dann durch. Gut, die Tür ist verschlossen. Gut, wir sammeln erstmal alles ein. Komm, 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 alles einsammeln. Gut, jetzt bauen wir uns erstmal Medikit. Medikit. Okay, das geht jetzt. Perfekt, Medikit haben wir. Und da können wir jetzt mit Sicherheit... Gut, können wir nicht aufnehmen. Schade. Dann lass uns weitergehen. Bleib hier. Okay, ich hör Klicker. Bloß die Frage ist, wo sind die? Ach. Du. Kacke. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du Kacke. Freunde. Das ist richtig krass. Und wir haben keine Nagelbombe. Dafür haben wir 100 im Flammenwerfer. Ach, du heilige Scheiße. Gut, ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die Waffe. Und Headshot, komm. Gut, wenn er sich nicht so bewegend würde, würde ich ihn auch treffen. Auf die andere Seite gehen. Und Feuer. Scheiße, nicht getroffen. Oh. Fuck. Das geht ja auch wieder richtig gut los. Fuck. Fuck, 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 fuck. Komm, Messern. Oh, ich seh nix. Ich seh nix. Fuck. Ach, du Kacke. Die einige Infizierte haben übergroße Pilzplatten, die sie als Schutzpanzer verwenden. Freunde. Das wird jetzt richtig schwer. Okay, jetzt sind wir hier. Oh ne, jetzt müssen wir die wieder alle erledigen. Ach, nö. Gut, Schrottflände. Okay, wir gehen am besten wieder von rechts, wenn wir es vor uns gemacht haben. Gut, die Munition nehmen wir mit. Aber, dass wir keine Nagelbombe haben, ist richtig ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Gut, jetzt heben wir erstmal die gute Waffe wieder aus. So, zwei Schuss. Okay. Scheiße. So, jetzt lassen wir uns erstmal rankommen. Fuck, 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 fuck. Oh, gut, ein Messer. So, zack, den hat es zerfletzt. Alter Schwede. Gut, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ah, das war jetzt auch nicht das Schwierige. Das Schwierige kommt jetzt. Das sind zu viele. So, erstmal alles aufsammeln. Einfach weitermachen. Gut, wir bauen jetzt erstmal die Nagelbombe von vorhin. Aber ich werde die Nagelbombe nicht. Und Messer machen wir, Messer ohne Ende. Gut. Aber wir machen die Nagelbombe nicht für die kaputt. Gut. Und Headshot, komm. Bitte, 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 bitte. Zack, der ist tot. So, komm her. Zack. Okay. Okay. Jetzt haben wir aber noch die Nagelbombe. Für die Zähchos. Okay. Mieses Arschloch. Gut, Flammenwerfer. Gut, Flammenwerfer. 40. Warum plus 40? Wir hatten vor uns 100. Also heißt das, wir haben irgendwas vergessen. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Wir hatten vor uns 100. Okay, und ich glaube, das lag irgendwo hier. War zurück. Nee, hier war das nicht. Hier, genau. Hier war das. Jetzt haben wir 90. Gut, aber 90 ist besser wie gar nichts. Liegt hier, liegt noch ein Stock. Oh, Freunde. Scheiß, die wandern. Wir müssen das irgendwie schaffen. Gut. Bleib hier. So, ich nehme erst mal das ganze Zeug noch mit, was hier lag. Genau, jetzt haben wir 120. Genauso wollten wir das. Ich würde sagen, wir werfen als allererstes jetzt die Bombe rein. Und hoffen, dass das das bringt. So, jetzt erst mal wieder zurück, 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 zurück. Warum rennt der nicht? So, Freunde, jetzt kommt mal her. Jetzt seid ihr richtig dran. Ihr könnt nur durch diese Tür laufen. Ach du Scheiße sind das viele. Gut. Zurück, 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 müssen zurück, müssen zurück, müssen zurück. Scheiße, wie kommt denn der her? Zurück, 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 zurück. Fuck. Lauf, 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 lauf. Wir müssen zurück, müssen zurück. Wir müssen weitmöglich zurück. Scheiße, jetzt greifen die Ellie an. Aber daran hab ich noch gar nicht gedacht. Aha, die Scheiße. Komm, los. Es lädt da auch noch nach. Komm, Scheiße. Oh, Freunde. Ach du Kacke, Freunde. Wo sind wir denn hier gelandet? So viele Zombies, so viele riesen Plotter. Ich glaub, die hießen Plotter. Und, alter, das wird richtig krass. Ich halte auf jeden Fall morgen wieder 1,2,9-Feige. Ich bin echt gespannt, ob ich das beim nächsten Mal gleich auf Anhieb schaff. Wenn euch diese Folge gefallen hat, zeigst mal einen Daumen nach oben. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert meinen Kanal. Alter, Freunde. Schalt auf jeden Fall morgen wieder ein. Ich bin echt gespannt, ob ich das schaff. Freunde. Bis morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.